Hey ho Leute und willkommen zu der allerletzten Staffel Minecraft Story Mode. Sie ist gestern erschienen um 19 Uhr, aber ich habe leider keine Zeit gehabt bzw. erst zu spät gemerkt um halb 10. Und da habe ich das Update einfach machen lassen. Es hat eh eine halbe Stunde gedauert bis es erstmal runtergeladen hat und installiert hat. Also es hat schon etwas gedauert. Ich meine ansonsten war es ja immer einen halben Monat bis einen ganzen Monat, bis die nächste Staffel da war, die nächste Episode. Und jetzt hat es knapp 3 Monate, fast 4 Monate gedauert. Und ja, Leute, das ist die allerletzte Staffel. Das allerletzte Mal, dass ich das durchspiele. Gut, Offscreen werde ich es vielleicht ein, zwei Mal noch spielen, weil es war schön. Und andere Wege anschauen oder im Livestream, je nachdem was ihr halt sagt, ob ich das spielen soll oder nicht. Aber ja, wir fangen einfach mal an, Minecraft Story Mode Episode 5 zu spielen. Episode 5, Order Up. Jetzt habe ich aber eine Frage. A block in a hard place. Rewind. Ähm, ja, jetzt habe ich aber ein kleines Problem. Display, Subtitles, ja, Medium. Wir können es ganz groß machen. Hä, normalerweise könnte man einstellen, dass es auf Deutsch ist. Hm, keine Ahnung. Okay, Leute, ich habe ganz kurz was überprüft. Wahrscheinlich habe ich das daraus geschnitten. Ich hoffe es einfach mal. Wir fangen einfach an. Episode 5, Order Up. Oh, es geht direkt los. Telltale Games Presents. Ah, das waren wir. Oder? Es geht direkt los. What the... Wir haben einen Enchanted Diamantenschwert? What the hell? What the hell? Drei auf einen Schlag. Wow. Sie hat ein goldenes, verzaubertes Schwert. Puts. Wow. Die sind ganz schön tough geworden. Wow. Dude, you're getting pretty good at this. Cool. You guys are working way too hard. Sie macht es mit Maschinen. You're always looking for one of us, aren't you? Ja, genau. Eiskalt einfach mal umdrehen. Zack. Einen wirklich coolen Tempel. Ja, Punkte für Eivor, ich glaube. Das war ein guter Tipp. Gut, Jesse? So, sind wir das? Jo. Der schaut mal cool aus. Wir müssen uns erstmal alles ein bisschen umschauen. Korrigiert mich. Korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber war das nicht in Deutsch teilweise, der Untertitel? Hm. Suspicious. Okay. Floor gutter. Diese Channels lieben zum Zentrum des Ruhes. Sie sehen, wie sie sind, um Lava zu fließen, von diesen Channels in der Wurze. Warum willst du das tun? Ich glaube, wir müssen Lava aktivieren. Oder ist das eine Falle? Nein, wir benutzen es. Alle müssen gleichzeitig deswegen. So schaut's aus. Hm. Ja, doch. Alle müssen gleichzeitig aktiviert werden. Aber wie diese Falle funktioniert, das wäre schon interessant zu wissen. Gesundheit. Ah, jetzt funktioniert's. Richtige Reihenfolge müssen wir machen. Aha. Ja, wahrscheinlich ganz links, aber weil es Reihenfolge ist, versuche ich einfach mal das hier. Tatsache. Nein, das schließt wieder. Und das auch. Nein. Okay, das ist komisch. ein Rätsel, jetzt schon wieder gleich am Anfang in der Früh ein Rätsel. Ah, ich kriege Kopfschmerzen. Das ist auch wieder zugegangen. Okay. 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 Jetzt weiß ich, wie es geht. Denke ich mal. Wir müssen das anmachen, gehen auf die direkt andere Seite rüber. Ah, Leute, Leute, Leute. Ich versuche es einfach mal. Kann sein, dass ich wieder falsch liege. Und wenn, dann mache ich einfach mal einen Skip für euch. Falls es noch länger dauert. Aber, naja, bis jetzt ist ja noch nichts vorbei. Hat noch nichts richtig angefangen. Also, ja. Immer dieser Ender-Drachensound. Oder für andere Minecraft-Profispieler der Sound, wenn ein Bett abgebaut wird in Minecraft Bad Wars. Jetzt geht der wieder zu. Jetzt müssen wir den wieder aufmachen. Denke ich mal. Zu 90% ist das richtig. Ah, und jetzt nur ganz hinten. Okay. Was? Ich kann nicht mal darüber... Ah, come on! Na, endlich. Es funktioniert. Ich denke, ich würde mich eigentlich beurteilen, wenn der Boden nicht öffnet sich in eine schwarze, schreckliche Passage. Das ist mir irgendwie an, als wir erst das Orders-Tempel gefunden haben. Wir waren so ein schade Bunch of Noobs back then. Hey, ich war nicht schade. Nein? Dann, wer war es, das klingelte? Wow, ja, das fühlt sich an, es war, ich weiß nicht, ein Million Jahre vor. Ich habe ein paar Jahre vorgelegt, ich habe ein paar Jahre vorgelegt. Und zu denken, das war nur das Beginn. Ja, das war, bevor wir Wizard-Storms hung out with Enderran reunited the order. So crazy. Mhm, das stimmt. Das war nice. Nein, 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 Fall. Ho, 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 ho. Ich glaube, das sind irgendwelche Fallen. Ah. Okay, gut, wir öffnen einfach mal eine. Ah, nein, doch keine Fallen anscheinend. Hey, it's a cake. The cake is a lie. You got cake? It's just... I really love cake. My mouth is practically watering, just looking at it. Hey, if you want it, it's all you. Oh man, oh man. Thank you. Wie er sich freut. A pumpkin? Not bad. I suppose that could be useful if we run into Enderman. And looks like we've got one more thing in here. It's... Was ist das? Ein... verzaubertes Feuerzeug. Leute? Was hast du gefunden? Was are you guys talking about? Whoa. That's super cool. I've never seen Flint and Steel like that before. That glow. Is it some sort of Enchantment? I don't know. I've seen people put an unbreakable Enchantment on Flint and Steel before. But that's not a breaking. You could give it a shot and find out. Okay, Flint and Steel do your thing. Boah, was wird das sein? Da steht... Das ist sogar lila hier. Los geht's. Well, I have definitely never seen Flint and Steel do that. War denn das Monster hinter uns? Uh-oh. Verdammt. Looks like some Monsters have a death wish. So what's the plan? Warrior whip. Warrior whip. Come on, Jesse. Make it good. Just look. Whoa! Wow! Das sah wirklich cool aus. Aber die anderen hätte ich auch liebend gern gesehen. Aber ich meine, der Warrior Whip klingt schon mal richtig Hammer. Nächstes Mal hören wir auf Axel. Oh. Damn. Wir sind gut. Ja, aber das ist auch unser Weg. Das war auch unser Weg. Oh, wir müssen uns beeilen. Oh. Ah, da. Okay. Uh oh. Komm, 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 komm. Ein bisschen darüber. Ja. Ein bisschen da. Uh oh. Spider. Putz. Why did it have to be cave spiders? Only way out of here is through them, so get ready. Putz. 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 Geht's weg. Was? Nein. Hopp. Jawoll. Mein Schwert ist aber richtig krass drauf. Oh. Man, this is becoming like my lucky sword. Oh no. Oh no. Come, 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 come. Oh. Nice. Let's get you out of here. Nice. Ignite! Wohohohohoho! Well, well. Wo hast du das neue Spiel? Wer ist das denn? Sieht ein bisschen... ...somistischer für dich, Jesse. Ordner von den Losern. Ja, Loser. Wer hat euch aus der Kau? Die Schmerzen sind zu dir. Wir leben nicht in einer Kau. Schau, ihr Idiot. Ah, verdammt. Ich habe nicht mal geantwortet. Mann, ich wollte, äh, sagen, wie heißen die nochmal? Was, sie haben Lucas rausgeschmissen? Wenn die Order gesagt, du war cool... Für welchen Grund... ...we wouldn't stop sniffing around you like a tame dog. You take that back! Mm, no. Hey, Lucas is ten times the guy you are. Lucas left us to risk his neck and save you guys, and this is how you talk about him? You probably think that thing makes you so special. Classic Jesse. You eat all the best stuff and never give anyone else a chance. That should have been ours. Oh, yeah? Yeah. Blaze rods. There's no shame in being second-rate aid, and not everyone can do with the Order of the Stone can. Well, that's just what I expect from someone as small-minded as you, Jesse. Hand over the flint and steel, Jesse. Don't make me ask again. You don't get that one. It's supposed to be mine. Haven't you taken enough? Some hero you are, Jesse. Yeah, you're just to dritt and we're just to viert. Fine. Genau, verschwindet lieber. What hope do we have, when the heroes like you are throwing your weight around like this? It's not always going to be this way, though. Come on, you guys. Let's get out of here. Blaze, run! Es waren doch am Anfang fünf oder sechs Leute von denen, jetzt sind es nur noch drei. Ja, da hat sie recht. Ja, da hat sie recht. Ivor ist jetzt hier auf unserer Seite, habe ich gesehen. Heyho, Leute, PV-Style aus der Zukunft hier. Hallo! Leider muss ich den Part hier beenden. Ich hoffe, euch hat der Part hier sehr gefallen und dass ihr auch beim nächsten Part wieder einschaltet. Hinterlasst mir ein Feedback, wie euch der Part gefallen hat, was für Entscheidungen ihr genommen hättet. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach beim nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Story Mode. Haut rein, meine lieben Styler. Bis zum nächsten Part, euer PV-Style. Tschüss. Tschüss. Tschüss.